hallo in diesem video zeige ich euch die quest schatten erwachen anzunehmen bei prophet fehlern im schatten mondtal bei den koordinaten 49 38 nehmt die quest gleich mal an und darf dann hier hinlaufen das muss aufhören was wollt ihr euer blut wird mir die macht des dunklen sterns verleihen sagt euren propheten dass seine zeit vorbei ist die dunkelheit bricht herein nun darf ich hier das monstrum bekämpfen wenn sich gar not ich laufe da mal hinaus und tot ist er hier sieht man es prophet fehlern kommt auf mich zugelaufen bei ihm kann ich auch die quest abgeben hoffe ich konnte euch helfen tschüss das ist das ist Vielen Dank.